Mein Tag beginnt damit, dass ich in einem See aus Blut aufwache. Hola amigos, vor zwei Wochen gab es das Video Frauen vor ihren Tagen. Und heute gibt es die Fortsetzung davon. Das heißt, wenn ihr das alte Video noch nicht gesehen habt, klickt unbedingt hier und checkt es vorher auf. Heute also geht es um die Hölle selbst. Das Kind von Sata. Der schlimmste Fluch der Menschheit. Frauen während ihrer Periode. Warnung! Dieses Video wird Details über die weibliche Menstruation enthalten. Wer mit diesen intimen Details nicht umgehen kann, muss sich dringend Eier zulegen. Reden wir erstmal über die Fernsehspots der weiblichen Hygieneartikel. Vielleicht erklärt das, warum Männer denken, dass wir Frauen unsere Periode etwas übertrieben darstellen. Ich liebe mich. Ich liebe meinen Körper. Ich blute zwar literweise. Aber das zeigt mir, dass ich ein Teil der Natur bin. Verstehe mich nicht falsch. Manchmal tanzen wir sogar so. Aber das ist dann eher, weil wir von den Schmerzmitteln so high sind, dass wir gar nicht anders können. Und garantiert nicht so, weil wir unsere Gebärmutter lieben. Laut dieser Werbung sind Slip-Einlagen, Binden und Tampons wahre Wundermittel und können alles besser machen und heilen. Aber was wäre, wenn das wirklich so wäre? Oh mein Gott. Warten Sie. Ich kann Hilfe holen. Nein. Es ist schon zu spät. Aber ich habe da was dabei. Eine Slip-Einlage. So, warten Sie. Oh mein Gott. Ich fühle mich gut. Es hat geholfen. Du hast mich geheilt. Ich bin geheilt. Ich werde leben. Kein Problem. Ich glaube, wir haben das Wundermittel für jedes Wehwehchen gefunden. Yay. Wo wir gerade bei Wundermitteln AK Hygieneartikeln sind. Oh Gott, das ist ein Tampon. Nimm das weg. Nimm das weg. Das ist ein Tampon. Tampon. Mein Gott. Stellt euch doch nicht so an. Ist doch nicht gefährlich, das Teil. Wobei, wusstet ihr, dass das Tampon eine gefährliche Waffe ist und uns sogar umbringen kann? Tja, sagt nur toxisches Schock-Syndrom. Googelt es. Mein Beileid. Dankeschön. Darf ich fragen, woran sie gestorben ist. Sie hat ein Tampon mit der Hals. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Oh. Und glaubt mir Männer, wir Frauen würden gern lieb und unkompliziert sein. Aber das geht nicht so einfach. Wir wählen die Periode nicht freiwillig aus. Ich glaube, da verwechselt ihr irgendwas. Wir alle waren sogar schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wie kann ich meine Periode abschalten? Die Periode ist ein 40-Jahres-Abo und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die Periode kurzzeitig auszusetzen. Hallo, ich, ähm, Entschuldigung, hallo. Okay, ähm, ich möchte gerne meine Periode kündigen. Geht nicht. Oh, okay, gibt es da gar keine Möglichkeit? Hören Sie zu, ähm, Sie können Ihre Periode für neun Monate aussetzen. Ähm, dafür müssen Sie aber ein neues Abonnement bestellen, zusätzlich zu Ihren Perioden-Abo, versteht sich. Ähm, das neue Abonnement ist, äh, ist aber erst nach 18 Jahren kündbar. Ja, verstehe, und, ähm, wie heißt das Abo? Kinder-Abo. Diese Option wird aber erst ab 20 Jahren empfohlen. Das heißt, wir müssen uns mindestens 5 bis 8 Jahre damit durchquälen. Und glaubt mir, wir lernen einiges dadurch. Fragt ihr euch nicht, warum Frauen so selten für Mord erwischt werden? Frauen lernen, seitdem sie in ihre Pubertät gekommen sind, wie man Blut von Textilien entfernt. Das heißt, wir leben sozusagen dauerhaft in einem Bootcamp, wo wir lernen, Beweise zu vernichten. Ich glaube, das allein zeigt schon, dass man sich mit Frauen nicht anlegen sollte. Ein Tipp an meine Mädels da draußen, wenn ein Mann mal wieder das sagt. Hast du deine Tage oder was? Nur wenn man wieder ein bisschen gereizt ist, dann sagt ganz leise und mit einem etwas gestörten Blick. Mein Tag beginnt damit, dass ich in einem See aus Blut aufwache. Willst du, dass deiner so endet? Äh, äh. Glaub mir, dieser Mann wird nie wieder eine Frau fragen, ob sie ihre Tage hat. Und noch ein Tipp an euch Männer, weil ich langsam wird zum Ratgeber-Video, es tut mir leid. Aber wir Frauen übertreiben es nicht mit den Schmerzen. Ich visualisiere euch mal, warum unsere Schmerzen nicht nur ein leichtes Drücken oder Ziehen sind. Angriff! Wir können nicht verlieren! Wir können das einig gehen lassen! Schaltet den Bodyguard aus! Oh, und diese Schmerzen! Oh, ich halte das nicht mehr auf! Ich halte das nicht mehr auf! Ich schneide mir jetzt den Unterleib ab! Nichts kann schlimmer sein, als diese Schmerzen! Oh! Jetzt ist es besser. Jetzt ist es besser. Die Schmerzen sind weg! Vielleicht muss ich jetzt sterben, aber das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Warte, ich kann dir helfen! Ich habe eine Slip-Einlage dabei! Ein anderes Mittel zur spontanen Selbstheilung ist das Eintritt in den exklusiven Club Team Amigos. Also schnell abonnieren, die Gesundheit wieder auf 100% pushen und nie wieder ein Video verpassen. Das war es schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr kriegt keine Albträume. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin könnt ihr noch das Video sehen, Frauen vor ihrer Periode, wenn ihr auf mich klickt. Und wenn ihr neben mich klickt, kommt ihr zum letzten Video mit dem Thema, wie sage ich ihnen, dass ich ihn mag. Bis dahin! Adios Amigos!